Elise Ferdinandine Amalie Struwe war eine radikal-demokratische deutsche Revolutionärin der Märzrevolution von 1848-49 still. Frühe Frauenrechtlerin und Schriftstellerin leben. Elise Ferdinandine Amalie Sigrist wurde als uneheliches Kind von Elisabeth Sigrist und dem Offizier Alexander von Siekingen in Mannheim geboren. 1827 wurde sie von ihrem Stiefvater Friedrich Düser, einem Sprachlehrer, adoptiert. Er ermöglichte ihr und ihrem Bruder Petro eine gute schulische Ausbildung, sodass sie später zeitweilig als Erzieherin und Lehrerin für Deutsch und Französisch zum Unterhalt der Familie beitragen konnte. Heirat mit Gustav von Struwe Am 16. November 1845 heiratete Elise Ferdinandine Amalie Düser den Advokaten und radikal-demokratischen Politiker Gustav. Karl Johann Christian von Struwe, der sich infolge dieser zu der Zeit unstandesgemäßen Heirat mit seiner aus russischem Kleinadel stammenden Familie zerwarf. Die Eheleute wechselten 1846 aufgrund ihrer lebensreformerischen Position von der Evangelischen Konfession zum Deutsch-Katholizismus, der eine Vereinigung von Katholizismus, Protestantismus, Judentum und moderner Wissenschaft anstrebte. 1847 legte Gustav von Struwe seinen Adelstitel ab. Amalie Struwe wurde zunächst vor allem bekannt als Ehefrau von Gustav Struwe und durch ihre Aktileif. Auch kämpfende und agitatorische Unterstützung seiner revolutionären Aktivitäten bei der März-Revolution von 1848 in Baden an dessen Seite. Nach der liberalen Februar-Revolution 1848 in Frankreich, die dort zum Sturz des Bürgerkönigs Louis-Philippe und zur Ausrufung der Zweiten Republik geführt hatte, sprang der revolutionäre Funke auch auf die Staaten des Deutschen Bundes über. Bei der März-Revolution strebten die Aufständischen einen gesamtdeutschen Einheitsstaat und liberale Reformen an. Im Großherzogtum Baden wurde die Forderung nach einer Republik von revolutionären Protagonisten wie Friedrich Hecker und Gustav Struwe, die eine relativ breite Basis in den badischen Volksvereinen hatten, mit am konsequentesten vertreten. Allerdings konnten sie sich im Frankfurter Vorparlament, das die Wahlen für eine Nationalversammlung vorbereiten sollte, mit ihren radikalen, auch schon frühsozialistischen Forderungen nicht durchsetzen. Daraufhin versuchten sie und ihre Anhänger, von Konstanz, Südwestdeutschland ausgehend, mit einem republikanischen Aufstand ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Von Anfang an war Amalie Struwe an diesen Aktionen aktiv beteiligt. Sie war beim sogenannten Hecker-Zug dabei, der am 20. April 1848 im Gefecht auf der Scheidegg-Balkandern von regulärem Militär besiegt und aufgerieben wurde. Darin anschließend ging sie mit ihrem Mann und Friedrich Hecker zunächst noch vorübergehend ins Exil in die Schweiz. Anders als Hecker, der die Revolution als gescheitert betrachtete, kehrte das Ehepaar Struwe nach Baden zurück. Mit weiteren Anhängern versuchten sie im September 1848 in Lörrach erneut beim sogenannten Struwe-Putsche eine Republik auszurufen. Hierbei und auch bei anderen entsprechenden Gelegenheiten war Amalie Struwe insbesondere bemüht, die Frauen für die revolutionären Ideen zu begeistern und zu mobilisieren. Sowohl Gustav als auch Amalie Struwe wurden nach der Niederschlagung des Struwe-Putsches im Gefecht um Staufen in unterschiedlichen Prozessen zu. Haftstrafen verurteilt Von September 1848 bis April 1849 war Amalie Struwe im Freiburger Turm 205 Tage lang Gefangene in Einzelhaft. Unmittelbar nach ihrer Entlassung begann sie, wieder für den revolutionären Aufstand zu agitieren. Diesmal ging es in der Reichsverfassungskampagne um die Rettung der revolutionären Errungenschaften insgesamt. Nachdem eine von der Frankfurter Nationalversammlung ausgearbeitete Reichsverfassung, die sogenannte Polskirchenverfassung, von den mächtigsten Einzelstaaten des Bundes, ihnen voran Preußen und Österreich, abgelehnt und damit die Märzrevolution im Scheitern begriffen war. In einigen Staaten, neben dem Königreich Sachsen auch in Baden, kam es zu den Mai-Aufständen von 1849, bei denen versucht wurde, die Anerkennung der Verfassung zumindest in den Einzelstaaten durchzusetzen. Amalie Struwe hatte mit ihrer Agitation einen wesentlichen Anteil daran, dass am 11. Mai 1849 die badische Garnison in der Bundesfestung Rastatt meuterte. Im daran anschließenden neuen badischen Aufstand wurde ihr Mann aus der Haft befreit. Dieser Aufstand hatte zunächst den Erfolg, dass Großherzog Leopold von Baden am 14. Mai 1849 in die Flucht getrieben wurde und am 1. Juni 1849 eine badische Republik unter der provisorischen Regierung des linksliberalen Politikers Lorenz Brentano ausgerufen wurde. Um den republikanischen Aufstand niederzuschlagen, rückten preußische Truppen gegen Baden vor. Brentano, der versuchte, auf Verhandlungen zu setzen, zögerte eine Volksbewaffnung hinaus, woraufhin er schließlich von Gustav Struwe und anderen Radikalen gestürzt wurde. Aber die badische Revolutionsarmee konnte sich in den anschließenden Erbitterten kämpfen, an denen sich auch Amalie Struwe beteiligte, nicht gegen das kriegserfahrene preußische Militär durchsetzen. Die letzten Revolutionäre wurden schließlich in der Festung Rastatt eingeschlossen und mussten am 23. Juli 1849 kapitulieren. Damit war die badische Revolution und mit ihr auch die Märzrevolution insgesamt gescheitert. Die letzten Jahre, Exil und literarische Arbeit in den USA, viele Revolutionäre wurden hingerichtet oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Amalie und Gustav Struwe konnten sich wie einige andere prominente Wegbegleiter ins Exil absetzen, das sie zunächst in die Schweiz und dann nach England führte. Dort schrieb Amalie Struwe ihre Erfahrungen aus der Revolution in einem Buch nieder, das 1850 unter dem Titel »Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen« in Hamburg erschien. 1852 wanderte das Ehepaar in die USA aus und ließ sich im Bundesstaat New York nieder. In den USA gehörten die Struwes zu den sogenannten »Fortieiters«, wie die »Emigranten der Märzrevolution« dort genannt wurden, die zumeist bekannt dafür waren, dass sie sich auch in der »Neuen Welt« politisch engagierten und für demokratische Ideale einsetzten. Amalie Struwe betätigte sich in der »Neuen Heimat« vor allem als Schriftstellerin. Unter anderem setzte sie sich nicht nur literarisch für die amerikanische Frauenbewegung ein. Sie schrieb Romane und Artikel zum Frauenstimmrecht, zu Erziehungsthemen und zur Mädchen- und Frauenbildung. Außerdem beschäftigte sie sich schriftstellerisch mit der französischen Revolution im Vergleich zur badischen Revolution, der Reformation in Frankreich, England und Deutschland und dem Schicksal von Auswandererfamilien in den Vereinigten Staaten. Sie starb 1862 im Alter von nur 38 Jahren nach der Geburt ihrer dritten Tochter in New York. Nach ihrem Tod. Ihr Mann Gustav, der in den ersten Jahren des amerikanischen Bürgerkriegs als Soldat auf der Seite der Unionsstruppen gekämpft hatte, kehrte ein Jahr später nach seiner Amnestierung in Baden wieder nach Deutschland zurück. Er starb 1870 in Wien. Werke Historische Zeitbilder I. Westminster Franz Schlotmann Bremen 1850 Dicette Lyssey Historische Zeitbilder 2. Eluase des Fleurs Franz Schlotmann Bremen 1850 Dicette Lyssey Historische Zeitbilder 3. Der Fall von Magdeburg Franz Schlotmann Bremen 1850 Dicette Lyssey Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen Den deutschen Frauen gewidmet Hoffmann und Kampe Hamburg 1850 Dicette Lyssey Eine Proletarierin Roman aus der Revolutionszeit In Soziale Republik Organ der Freien Arbeiter New York 1858 Nr. 1-20 Die Tochter des Gefängniswärters In Soziale Republik Organ der Freien Arbeiter New York 1859 Monika Markello-Müller Frauenrechte sind Menschenrechte Schriften der Revolutionärin und Lita Athin Amalie Struwe Zentaurus Verlag Herr Polsheim 2002 ISBN 3-8255-03410 Amalie Struwe Alle Sturbe Berungser Sömt Mä Den